Musik Wir sind der BSC BB Berlin und wir betreiben Bogenschießen. Auch sie sind nominiert die Bogenschützen des BSC BB Berlin, Bogenschießen auf hohem Niveau. Letztes Jahr war wie jedes Jahr die Bundesliga das Finale, die Deutsche Meisterschaft und da haben wir die Bronzemedaille gewonnen. Ein sehr großer Erfolg, weil wir dauerhaft schon Medaillen in diesem Wettkampf erringen konnten. Solch super Erfolge schweißen das Team natürlich noch enger zusammen. Unser Team zeichnet aus, dass wir ein bunter Mix sind aus jüngeren und älteren Athleten. Dass wir eine Stammmannschaft sind. Wir sind sehr zielstrebig. Zielstrebig weitere Medaillen zu gewinnen, doch nicht nur Erfolge, möchte das Team 2018 erringen. Weil wir eben so ein rundes und buntes Team sind, möchten wir gerne den Preis gewinnen. Wir harmonieren sehr gut zusammen und wir haben ganz viel Spaß zusammen und das ist die Hauptsache. Wenn auch Sie der Meinung sind, dass der BSC BB Berlin den Amateursportpreis verdient hat, dann stimmen Sie jetzt ab für die Bogenschützen. bis zum nächsten Mal. Sein waterjeks. Bis zum nächsten Mal.